Danke Jungs, habe sie super gemacht. Überragende Leistung, richtig stark. Goldmedaillen würdig, nicht Bronze. Ja, schau dir an, der Mädchen. Der Display ist ja einfach tot jetzt gerade. Ja, wir sind hier, schütteln. Was heißt das? Stecken, Alter. Einfach auf die Kabeln aufpassen. Fuck. Ja, das Licht, unglaublich. Ich meine, deswegen haben wir den Spot ausgesucht, aber dass es dann so dramatisch und wahnsinnig golden hour ist, das hat uns dann doch alle jetzt richtig gestoakt. Jetzt schauen wir mal, wie Tag 2 wird. Wir haben ihn jetzt drei Stunden cutt und haben auch das komplette Segment gedreht. Von dem her können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja, wir haben hier eine perfekte Schneise gefunden, zufällig. haben wir nichts irgendwie absägen müssen oder vorbereiten und findet man nicht oft. Von dem her sind wir ziemlich stoked. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Hier Felix Ski, hier Felix Stecken, hier Kamera. Gerade ein bisschen zum Strass. Pablecam ist ready. Drei, zwei, eins, go. Alpine skiing, great again. Figuring this scientific form of skiing out. Es geht. Jetzt ist so, unser Motor ist durchbrennt. Wir können jetzt nur einmal runterfahren. Was soll schon passieren, ne? Kaput, ich sehe schon. Wir haben ein paar Bangers. Wir haben ein paar Bangers. Wir haben ein paar Bangers. Geile. So. Ist auch noch ein bisschen schau. Yo. Ich hab drei Tage gehabt. Und jetzt mit euch Jungs, den Job, den ihr da macht, habe ich so etwas noch nie gesehen und es ist mir wirklich eine Riesenfreude, hier dabei sein zu dürfen und hat mega viel Spaß gemacht.